Stadt oder Land? A. Hören Sie einen Teil aus einem Bewerbungsgespräch. Zu welchen Punkten sagt Asgar Klein etwas? Lesen Sie zuerst die Aussagen. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Hören Sie dann zu und kreuzen Sie an. Untertitelung des ZDF, 2020 Sie wissen aber, dass diese Stelle nicht in Hamburg ist. Ja, natürlich. Es geht um Ihre Abteilung in Hohenlockstedt. Der Ort ist 70 Kilometer von Hamburg entfernt, richtig? Das stimmt. Wollen Sie mit dem Auto fahren? Wir stellen Ihnen dann natürlich gern einen Firmenwagen zur Verfügung. Ich möchte von Hamburg aufs Land ziehen. Meine Frau und ich wollten schon immer gern im Grünen wohnen. Mehr Ruhe. Ein größeres Haus. Einen Garten haben. Nicht jeder möchte aus der Großstadt weg. Sie überraschen mich. Ja, vielleicht liegt das an meiner Kindheit. Ich war in den Ferien viel bei den Großeltern auf dem Land. Das war immer sehr schön. Und ich arbeite gern im Garten. Jetzt habe ich nur einen kleinen Balkon, keinen Garten. Außerdem wollte ich, dass meine Kinder draußen spielen können und die Natur erleben. In Hamburg ist das schwierig. Sie haben aber einen Führerschein, richtig? Ja, natürlich. Und ich fahre auch sehr gern Auto. 70 Kilometer sind okay. Dann kommen wir doch jetzt zu den Einzelheiten. Stadt oder Land? B. Hören Sie noch einmal. Welche Aussagen sind richtig? Kreuzen Sie an und korrigieren Sie die falschen Aussagen. Lesen Sie zuerst die Aussagen. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Sie wissen aber, dass diese Stelle nicht in Hamburg ist. Ja, natürlich. Es geht um Ihre Abteilung in Hohenlockstedt. Der Ort ist 70 Kilometer von Hamburg entfernt, richtig? Das stimmt. Wollen Sie mit dem Auto fahren? Wir stellen Ihnen dann natürlich gern einen Firmenwagen zur Verfügung. Ich möchte von Hamburg aufs Land ziehen. Meine Frau und ich wollten schon immer gern im Grünen wohnen. Mehr Ruhe. Ein größeres Haus. Ein Garten haben. Nicht jeder möchte aus der Großstadt weg. Sie überraschen mich. Ja, vielleicht liegt das an meiner Kindheit. Ich war in den Ferien viel bei den Großeltern auf dem Land. Das war immer sehr schön. Und ich arbeite gern im Garten. Jetzt habe ich nur einen kleinen Balkon, keinen Garten. Außerdem wollte ich, dass meine Kinder draußen spielen können und die Natur erleben. In Hamburg ist das schwierig. Sie haben aber einen Führerschein, richtig? Ja, natürlich. Und ich fahre auch sehr gern Auto. 70 Kilometer sind okay. Dann kommen wir doch jetzt zu den Einzelheiten. Zum Beispiel, wann Sie denn anfangen? Sie wissen aber, dass diese Stelle nicht in Hamburg ist. Ja, natürlich. Es geht um Ihre Abteilung in Hohenlockstedt. Der Ort ist 70 Kilometer von Hamburg entfernt, richtig? Das stimmt. Wollen Sie mit dem Auto fahren? Wir stellen Ihnen dann natürlich gern einen Firmenwagen zur Verfügung. Ich möchte von Hamburg aufs Land ziehen. Meine Frau und ich wollten schon immer gern im Grünen wohnen. Mehr Ruhe. Ein größeres Haus. Einen Garten haben. Nicht jeder möchte aus der Großstadt weg. Sie überraschen mich. Ja, vielleicht liegt das an meiner Kindheit. Ich war in den Ferien viel bei den Großeltern auf dem Land. Das war immer sehr schön. Und ich arbeite gern im Garten. Jetzt habe ich nur einen kleinen Balkon, keinen Garten. Außerdem wollte ich, dass meine Kinder draußen spielen können und die Natur erleben. In Hamburg ist das schwierig. Sie haben aber einen Führerschein, richtig? Ja, natürlich. Und ich fahre auch sehr gern Auto. 70 Kilometer sind okay. Dann kommen wir doch jetzt zu den Einzelheiten. Zum Beispiel, wann sie denn anfangen. Ich bin auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.